So, jetzt geht hier nochmal eine Polizei, jetzt kommt hier nochmal die Polizei rein, greifen den Mann raus. Ich weiß nicht warum, wenn sie produziert werden, ich weiß nicht warum, jedenfalls wird hier wieder ein weiterer Mann festgemacht hier, er wird hier an die Lippenfäule gedrängt. Ja, irgendwie wird sich gerade hier irgendwie alle Mühe gegeben das zu eskalieren, hier werden Leute irgendwie rausgegriffen, es wird rumgeschubst irgendwie, es ist recht unhöflich hier die Leute. Das sieht hier alles aus, als ob die Polizei jetzt darauf anliegt, hier die Situation zu eskalieren zu lassen. Wohl zwei Leute jetzt schon hier haben rausgegriffen, aus der Demonstration, und zwar zwei Leute, der zweite Mann jetzt hier rausgegriffen. Ja, die Polizei tritt jetzt hier immer massiver auf, weil die Provokationen nehmen so, es bilden sich immer wieder kleinere, die Greiftrupps am Rande auf, wieder in die Demonstration, in die kleine Punkthebung. Wir warten immer noch auf das Jahr, dass wir weiterziehen können. Es sieht hier nicht so schön aus, gerade Leute. Es sind Verhaftungen statt, gerade eben wurde vorne jemand, der das Lila der Transparent getragen hat, einfach ohne erkennbaren Grund auch noch rausgezogen. Also ich sehe es die ganze Zeit dazu, der Mann hat einfach nur an der Ecke gestanden. Ich weiß nicht, was er getan haben soll. Es wird sicherlich einen Grund geben für diese Provokation, warum auch immer. Ja, es sieht also aus, als ob die Polizei hier immer massiver aufhört. Die Polizeipferde sind zwar beiseite, das versprach zuerst so ein bisschen Entspannung, aber vielleicht ist es auch einfach in einer Situation, einer Eskalation, dass man da die Tiere nicht unnötig gefährden möchte. Also die Polizei tritt jetzt sehr massiv und provokant auf. Hier haben teilweise die Visiere runtergeklappt. Ich gehe mal genau mit lieber hier hinter weg. Ja, auch hier. So wie es aussieht, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich hier war, haben sich auch die Polizeikräfte hier verstärkt. Also irgendwie habe ich so ein ganz komisches Gefühl, dass wir hier irgendwie gekesselt werden sollen. Da fanden erst Provokationen statt. Jetzt geht es da vorne schon wieder los. So wie es aussieht? So wie es aussieht, wie es aussieht, wie es aussieht. Also die Polizei zieht sich jedenfalls etwas zurück. Obwohl vorne sind die beiden echt massiver geworden. Aber da ist schon wieder so der Greiftrieb in den grünen Klamotten steht auch schon wieder bereit. Na, jetzt kommen sie hier nochmal rüber. Ja, das ist eine völlig unnötige Provokation. In dieser Situation hier mit der Polizei einfach so durchzuhören ist eine unmögliche Provokation. Man sieht der Herr da hinten, man sieht der letzte Mann hier kann vor Kraft kaum laufen. Das werden sie nachher nochmal durchsagen. Das ist ein Witzel. Das ist ein Witzel. Vielen Dank.